Hallo und herzlich willkommen im Theaterrestaurant Beiner Festzelle. Mein Name ist Thorsten Kogel. Ich bin hier der Inhaber und Küchenchef. Zusammen mit meiner Frau Cecil betreibe ich das Restaurant seit etwa 10 Jahren. Gerne gebe ich Ihnen einen Einblick in unsere Räumlichkeiten. Auf gleicher Ebene mit dem Theater befindet sich unser Restaurant mit 60 Sitzplätzen. Neben unserer umfangreichen Speisekarte haben wir noch eine regelmäßig wechselnde Saisonkarte. Besonders beliebt bei unseren Gästen sind unsere verschiedenen Themenbuffets. In unserem Clubzimmer befindet sich unsere Künstlergalerie. Hier haben schon viele Künstler nach gelungener Vorstellung ein paar gesellige Stunden verbracht. Gerne wird dieser Raum auch für Gruppen und gemeinsame Essen bis 25 Personen benutzt. Für größere Personengruppen haben wir im ersten Stock weitere Räumlichkeiten. Diese haben ihre eigene Garderobe, Toilettenanlage und Theke. Hier unser Kaminzimmer. Hier lässt man sich gerne ein Glas Sekt schmecken und empfängt seine Gäste. Unser Kuppelsaal mit seinem imposanten Deckengemälde aus dem Jahr 1922 bietet bis zu 100 Personen Platz. Sehr beliebt ist das Feiern an diesen runden Tischen. Wir können Ihnen aber auch mit eckigen Tischen jede gewünschte Tischform stellen. Haben Sie Lust auf ein kalt-warmes Buffet? Vorschläge für gemeinsame Essen, Menüs und kalt-warme Buffets wie dieses hier finden Sie auf den weiteren Seiten unseres Internetauftritts. Ich würde mich sehr freuen, Sie bald persönlich im Theaterrestaurant einer Festseele begrüßen zu dürfen. Herzlich Willkommen! Herzlich Willkommen! Vielen Dank.